Guten Abend, liebe Gäste Was hat heute den Unterschied ausgemacht? Sie trainiert das längere Training. Ihr wart ja schon sehr früh in die Saison gestartet. Die größere Erfahrung, ich bleibe mir trotzdem mit drei Toren, ist natürlich auch nicht zu verachten. Oder wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Guten Abend erstmal. Klar, wir sind alle sehr zufrieden heute. Wir haben zwar ein paar Wochen länger trainiert als 9. Wir haben das dann auch hart erarbeitet. Wir gehen ja nicht aufs Eis. Da hat der Grund, warum wir lange trainieren. Es muss ja irgendwas herauskommen bei der ganzen Geschichte. Und wenn du dein erstes Spiel gewinnst, denke ich, hast du alles richtig gemacht. Wir haben auch fünf starke Mannschaften in Vorbereitung gehabt. Du hast ja heute schon eine Elite-Serie, drei Top-Mannschaften. Wir haben alle Spiele gewonnen. Wir haben eine starke Vorbereitung gemacht. Ihr habt ein klein bisschen so komische Gedanken gehabt. Heute ein Spiel, leider weil es so lange war, 9 Wochen, du arbeitest jetzt auf ein Wochenende hin. Aber dann, denke ich, heute sind wir gut ins Spiel reingekommen. Und ich denke, im Endeffekt haben wir dann auch verdient gewonnen. Wenn du 2-0 vorne bist und dann haben wir eine kleine Phase gehabt, dann haben wir noch mal auf 2-2 ankommen lassen. Und dann habe ich mir gewünscht, heute nicht die Kabinenansprache zu machen, wie es heute vorgekommen ist. Die hatte ich mir eigentlich für den dritten, vierten Wochenende aufgehoben. Dass man die schon am ersten Wochenende dann einlegen muss, ist schon nicht so schön. Aber es hat geholfen im Endeffekt. Und ich bin sehr zufrieden in meiner Mannschaft. Und Petrosa angesprochen, ja, dafür haben wir den viertenjährigen Mann ja verpflichtet, um zu Hause zu schießen. Es ist viel zu laufen und körperlich ist da nicht mehr viel zu machen. Aber der weiß halt, wo das Tor steht. Und das hat er den jungen Spieler dann voraus. Nichtsdestotrotz haben unser ganz jungen Verteidiger und dem gebührt heute ein extra Lob. Und dann Dieter Ohrendutz mit 18, 19 Jahren, Klusen mit 18 Jahren. Wir haben ja die letzten zwei Drittel mit vier Verteidigerin gespielt. Die hat die erfahrenen Verteidiger sitzen lassen. Da war aber die Fehlerquote zu hoch. Die ganz jungen Spieler, die haben ja vorher einen Job gemacht, auch in Strese als Mittelsteuer heute. Und da müssen wir stolz sein. Und ich bin jetzt erstmal zufrieden. Dankeschön. Dankeschön, Frank Gengis. Ja, Fred, heute auch einige Spieler nicht dabei. Lenniger als Deutscher Pass leider auch noch nicht. War das heute das große Manko oder hast du es doch irgendwie anders gesehen? Guten Abend. Ach, ich bin mit Sicherheit nicht. Ich war zum Spiel der ersten Drittel. Ich war zum Spiel der ersten ersten Flickspiel zu Hause in dieser Saison. Wir haben das gut bedient. Nach dem ersten Drittel. Im zweiten Drittel haben wir ein bisschen mehr Selbstvertrauen gefühlt. Die nervose Tee war weg. Wir hatten nach 2-0 2-2 geschafft. Wir hatten diese Momente mit dem letzten Drittel. Und 5 gegen 4, alles läuft vor uns. Und dann haben wir 6 Männer auf dem Eis, sollte nichts passieren. Ich weiß nicht, wer das war, aber ich schaue das Video an. Und das Spieler wird vielleicht ein bisschen eng. Und weniger Geld in seinen Taschen. Aber das hat uns meiner Meinung nach das Spiel gekippt. Wir gehen von mal 5 gegen 4 auf 4, 4 auf 5 gegen uns. Und boom, war das Ding drin. Wie nötig. Und dann, man hatte gesehen an der Mannschaft, dass wir auch... Die Rücken waren nicht so steif. Auf einmal waren wir ein bisschen nach vorne geborgen. Und ja, dann ist es schwer. Die Luftwaffe ist leider die Beste. Wir haben dann auch Fehler in den letzten Drittel. Individuelle Fehler, das eigene Ende. Sollte nichts passieren. Wir reden, reden, reden. Nichts passiert, aber wir haben die Möglichkeit, an Sonntag das auszubügeln. Wir würden aus diesem Spiel lernen. Und wir würden uns an der Presse gehen an Sonntag. Danke. Danke schön, Fred, für deinen Kommentaren. Kommen wir direkt zu den Fragen der Presse. Stefan? Fred, wirst du am Sonntag auf den Ausländerpositionen wechseln? Die Frage, ob Fred am Sonntag auf den Ausländerpositionen wechseln wird? Ja. Wir dürfen sehr liebens spielen und Kevin nicht. Sonst keine Fragen? Dann Zuschauer hatten wir heute Abend 1350. Wir haben noch ein paar Ergebnisse. Und zwar Endergebnis aus Frankfurt gegen Kassel 2 zu 3. Also der Haspys gewinnt das Hessen-Derby. Kurz vor Schluss steht es bei Königsborn gegen Krefeld 5 zu 4. Und Rathin gegen Hamm 2 zu 2. Das Spiel Essen gegen Duisburg ist abgesagt worden. Offizielle Stellungnahme war, dass Essen keine Ausrüstung zur Verfügung hatte, weil sie entweder zerstört oder geklaut worden wäre. In Essen Eisstarke. So steht es hier jedenfalls in diesem Ticker. Kann man vielleicht morgen auch in der Presse genauer nachreden. Die Sprechmann ist beim Oberliga-Eis. Ja, okay. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern. Ich wünsche unseren Gästen einen guten Ausweg nach Dortmund. Wir sehen uns ja am Sonntag dann schon wieder an der Strobelallee. Dort um 19 Uhr das Spiel der ERC Dortmund gegen Ezebat Naurheim. Unser nächstes Heimspiel ist dann nächste Woche Freitag hier um 19.30 Uhr gegen die Hammer Eisbären. Und wir würden uns natürlich freuen, Sie hier alle wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie ein schönes Wochenende, ein langes mit dem Feiertag am Montag. Und bis nächsten Freitag dann. Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank.